Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein Reaction-Video zu meinem gestrigen Reaction-Video. Klingt blöd, ist aber so. Was ist passiert? Ich habe gestern, wie schon gesagt, ein Reaction-Video gemacht über eine Arto-Doku. Die hat mich so ein bisschen getriggert, auf die Pelme gebracht, würde ich fast behaupten, weil dort in meinen Augen zu wenig differenziert wurde und zu sehr übertrieben wurde. Übrigens ein Trend, der sich nicht nur in dem Bereich erkennen lässt, sondern leider überall in der Gesellschaft, liegt wahrscheinlich daran, dass sich Übertreibung und weniger Differenzierung durchaus, wie soll ich sagen, besser verkaufen lässt. Das ist einfach so. Es ist eigentlich ein schlimmer Trend. Aber gut, das soll nicht das Thema sein. Ich habe gestern darauf reagiert und das Video wurde innerhalb von 2-3 Minuten geblockt. Und zwar für alle. Der Einzige, der es noch sehen kann, bin ich. Und ja, das ist traurig, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich habe da halt 45 Minuten meiner Lebenszeit geopfert, um diesen Beitrag zu machen und nochmal 45 Minuten fürs Rendern und so weiter. Also anderthalb Stunden Lebenszeit verschwendet. So. Auch noch nichts Schlimmes. Wir machen ganz andere Sachen, die man als Verschwendung von Lebenszeit bezeichnen könnte. Was ich schade finde, ist einfach, dass die Message verloren geht. Und darum versuche ich es in wenigen Worten, in wenigen Worten Anführungszeichen, ich kann da ausufernd werden. Nein, aber in wenigen Worten mal zusammenzufassen, worum es eigentlich ging und warum mich das so getriggert hat. Ja, fangen wir doch einfach mal am Anfang an. Da ging es um etwas, also, achso, die Doku. Wie heißt sie? Wir, äh, wie wir gut mit unseren Gewässern umgehen. So heißt sie. Wie wir gut mit unseren Gewässern umgehen. Hat mich sofort eingefangen. Ich wollte diese Doku gucken, weil ich gerne Dokus gucke, besonders dann, wenn es um Gewässer geht. Ähm, ja. Und zwar habe ich sie mir dann auch tatsächlich bis zum Ende angeschaut. Und ich wurde an mehreren Stellen echt enttäuscht. Also was mir super gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, waren wieder mal die Bilder. Ja, ähm, Spitzenklasse. Wirklich super. Ähm, bin ich ein Stück weit neidisch drauf? Hätte ich auch gern die Möglichkeiten, solche Bilder zu machen. Aber egal. Ähm, ja. Also was hat mich als erstes so richtig angetriggert? Da wurde eine, ähm, eine Kiesgrube, eine ehemalige Kiesgrube, die der Natur überlassen wurde, als etwas ganz Besonderes. Also in Frankreich, in der Nähe von Straßburg, wurde das als etwas ganz, ganz Besonderes und Einzigartiges, äh, dargestellt. Und da muss ich sagen, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Wir haben in, allein in Sachsen-Anhalt über tausend Gewässer, die allein dem LAV unterstellt sind, den Landesanglerverband. Jetzt muss man aber wissen, dass der Landesanglerverband bei weitem nicht alle Gewässer in, äh, Sachsen-Anhalt unter sich hat. Also gepachtet hat in irgendeiner Art und Weise über irgendeinen Verein oder, äh, Kreisanglerverein. Ähm. So, das heißt, es gibt noch deutlich mehr Gewässer, äh, in Sachsen-Anhalt. Und davon sind sehr, sehr viele ehemalige Kiesgruben. Also die sind nicht durch natürliche geologische Vorgänge oder der Eiszeit entstanden oder was auch immer, sondern die sind tatsächlich vom Menschen gemacht. Und das sind in der Regel absolut, wie soll ich sagen, Naturparadiese. Das sind Naturparadiese. Unabhängig davon, ob es da Bereiche gibt, in denen gebadet wird, ob da Stand-Up-Paddler drauf sind, ähm, ob dort geangelt wird oder nicht. Das ist nichts Besonderes. Es ist besonders, weil es besonders ist, aber es ist nicht besonders, weil es einzigartig ist. Das ist es nicht. Es ist nicht einzigartig. Es gibt extrem viele Beispiele dafür. Und darum ist es in meinen Augen, äh, das, was in der Doku gesagt wird, falsch. Punkt. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes Projekt, dort in Frankreich, in Straßburg. Und, äh, ich begrüße derartige Projekte, aber sie sind nicht einzigartig. Weil wenn man das sagt, dass sie einzigartig ist, dann glauben das die Leute. Alles, was im Fernsehen kommt, muss die Wahrheit sein. Nein, es ist nicht so. Es gibt sehr viele, sehr schöne Beispiele dafür, wie ehemalige Kiesgruben sich entwickelt haben. Und, äh, eins dürfen wir nicht vergessen. Jeder, der heutzutage Profit machen möchte mit der Natur oder in der Natur, ist dazu verpflichtet, eine Renaturierungsmaßnahme zu machen. Das heißt, angenommen, ich wäre jetzt so ein Kieswerkbetreiber, wie auch immer, ich habe jetzt Land gekauft, wo ich, ähm, ja, wo vorher irgendwie Ackerfläche war und, äh, möchte dort jetzt Kies abbauen. Weil ich weiß, da ist Kies. Dann wird das alles beantragt. Wenn alles gut geht, wird das auch genehmigt. Und dann baue ich diesen Kies ab. So, in diesem Fall habe ich also Ackerfläche gegen Abbaugebiet, Kiesabbaugebiet eingetauscht. Ähm, in dem Video von Arte wird gesagt, äh, dass die Natur hier verliert. Überall dort, wo der Mensch irgendwas abbaut, verliert die Natur. Und da muss ich sagen, das ist wieder falsch. Das muss man differenzieren. Es gibt den Fall, wo die Natur verlieren würde, ne, wenn ich irgendwo Braunkohle abbauen möchte unter irgendeinem alten, uralten Wald, der, äh, ja, Hambacher Forst als Beispiel. Dann sage ich, ja, die Natur verliert hier eindeutig. Wenn der Hambacher Forst abgeholzt wird, um da Braunkohle zu fördern, dann verliert die Natur. Das ist so. Wenn ich aber eine Ackerfläche aufwühle, wo vielleicht noch irgendwelche Monokulturen drauf sind, wie Raps oder sowas. Und ich mache da eine Kiesgrube, die zwangsläufig mit Wasser gefüllt wird, weil das Grundwasser dort nun mal vorhanden ist. Dann ist das kein Verlust für die Natur. Dann ist das ein absoluter Gewinn für die Natur. Und das so darzustellen, als wäre das ein Verlust, ist falsch. Und deswegen hat mich das auch angetriggert. Das ist einer der Punkte, die mich angetriggert haben. Denn wenn dieses Gewässer irgendwann renaturiert ist, also dieses dann vorhandene Gewässer renaturiert ist, dann entwickelt sich ein Naturparadies. So wie überall, wenn Wasser vorhanden ist. Und wenn nicht alles regelmäßig wieder kaputt gemacht wird. Das muss man ja auch klipp und klar sagen. Aber das passiert in der Regel einfach nicht. Auch das muss man differenzieren. Das sind Ausnahmen. Absolute Ausnahmen. Also in der Regel ist es so, es entsteht ein neues Gewässer. Dieses Gewässer bekommt einen natürlichen Besatz an Pflanzen und Tieren, der natürlich reinkommt. Und manchmal, oder vielleicht auch gar nicht so selten, gibt es eine Art Initialbesatz, wo man Fische einsetzt. Eine bestimmte Gruppe an Fischarten, die dort eingesetzt werden, initial einmalig, um zu gucken, wie sie sich dort etablieren können. Und dann ist das so. Und dann wird da vielleicht das auch als Angelgewässer freigeben irgendwann. Und dann wird da im Prinzip Fisch entnommen. Und der Fisch wächst dann aber auch nach. Zumindest bei den Arten, die sich selbst reproduzieren können, kommen die. Und wenn man ein Gewässer halbwegs gut, und dazu sind wir ja verpflichtet, per Gesetz verpflichtet, ein Gewässer zu hegen und zu pflegen. Also wir, Anglerschaft, verpflichten uns dazu, ein Gewässer zu hegen und zu pflegen und für eine Diversität im Gewässer zu sorgen. Also eine Vielfalt von Fischarten, von Mikroorganismen in diesem Gewässer. So, wir sind dazu also verpflichtet. Und damit sind wir einer der größten Naturschutzorganisationen als Angler. Ich fasse jetzt mal alle zusammen, die es in Deutschland gibt. Mit der höchsten, wahrscheinlich sogar höchsten Mitgliederanzahl. Wir sind gemeinnützig. Und unsere Gemeinnützigkeit verlieren wir in dem Moment, wo wir diesen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das weiß jeder einzelne Verein. Und darum hält er sich an seine Regeln. Aber gut, also fasse ich nochmal kurz zusammen. Punkt 1. Diese Kiesgrube, die es in Straßburg in Frankreich geschafft hat, diese eine, die ist nicht einzigartig. Sie ist besonders wie jede andere Kiesgrube, aber sie ist nicht einzigartig. Punkt. Der zweite Punkt, der mich ziemlich arg getriggert hat, ist, dass wir Angler unter Generalverdacht gestellt wurden, dass wir verantwortlich sind für die Überdüngung der Gewässer. Durch unser Anfütterfunk, äh, anfüttern, gerade Karpfenangler werden hier genannt. Ich muss auch sagen, wenn es solche Vergehen gibt, und das ist für mich ein Vergehen, dann sind das meistens Karpfenangler. Warum? Weil sie Futterstellen teilweise wochenlang anlegen, um die Fische zu konditionieren, dass sie immer wieder auf diesen Platz gehen. Die ziehen ja durch das Gewässer und irgendwann stellen sie fest, boah, da finde ich jeden Tag mein Futter. So, was die Angler aber nicht wissen ist, dass ich dafür keine 10 Kilo reinschmeißen muss, sondern dass das teilweise mit einem paar Krümel reicht. Also, ich habe es jetzt mal untertrieben oder übertrieben, wie auch immer, ähm, aber das würde tatsächlich genügen, weil in dem Moment, wo sie regelmäßig Futter finden würden, wären sie auch regelmäßig da. Und da geht es nicht um die Menge, da geht es nie um die Menge, weil so ein Fisch tut den ganzen Tag nichts anderes, als nach Nahrung zu suchen. Und der geht immer wieder dahin, wo er diese Nahrung findet. Punkt. Das müssen sich diese Profi-Angler, diese Profi-Karpfenangler einfach mal verinnerlichen, dass selbst kleinste Mengen genügen, um Fische dorthin zu bringen, wo man sie haben möchte, nämlich an den Futterplatz. Und das auch während des Angels. Im Übrigen ist es sowieso verboten, laut Gewässerordnung Fisch einzutragen. Ähm, 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 ähm Futterstelle an, mit wenig Futtereinsatz, möglichst nicht ganzen Boilies, auch wenn ihr der Meinung seid, dass die länger liegen bleiben, ja, das bleiben sie, deutlich länger sogar, manchmal Wochen, weil sie einfach nicht aufgenommen werden, macht weniger. Also, ihr haut da zum Teil, eigentlich wollte ich in diese Diskussion gar nicht einsteigen, weil ich damit ja der Dokumentation recht geben würde, aber das sind ja Ausnahmefelder, also deswegen sage ich es, haut da nicht tonnenweise fermentierten Mais und sonstige Sachen hier, Tigernüsse und sowas rein, das bringt absolut gar nichts. Außer, dass ihr die Fische satt macht, dass ihr dafür sorgt, dass die Kiemen verätzen, aufgrund der Ausscheidung von Ammonium, was denn zu Ammoniak unter Umständen wird und damit die Kiemen verätzt. Damit verliert ihr große Fische. Damit verlieren wir große Fische in diesen Gewässern. Auch wenn ihr das so nicht sehen wollt, es ist Fakt. Ja, und darum bringt wenig Futter ein, bringt gezielt Futter ein und ihr werdet eure Fische ganz genauso fangen. Aber gut, jetzt dazu. Es sind die Ausnahmen und damit sind auch die Angler nicht das Problem, zu 99% nicht das Problem für irgendwelche Gewässer. So, wo ist denn das Problem? Und das wird in meinen Augen erst zu, zu, ja, also erst wird der Angler an den Pranger gestellt, als böser, böser Angler und irgendwann danach kommt dann die Landwirtschaft ins Spiel. Und ja, die Landwirtschaft ist ein Teil des Problems, denn wir wissen, dass wir in Deutschland zu hohe Nitratgehalte in unserem Grundwasser haben und die kommen nicht von ungefähr. Da wird Stickstoffdünger auf die Böden aufgetragen, entweder in Form von direkten Dünger, also industriell hergestellten Dünger oder die hauen da Fäkalien aus irgendwelchen Klärgruben oder aus irgendwelchen Klärwerken oder wo auch immer das herkommt, auf die Felder. So, solange wie das immer nur so viel ist, wie die Pflanzen tatsächlich aufnehmen können, wäre das kein Problem. Aber da gibt es andere Einflussfaktoren. Also zum einen, wenn zu viel aufgetragen wird, dann wird es verstoffwechselt, dann wird es von irgendwo Ammonium, Ammoniak zu Nitrit und dann zu Nitrat und gelangt ins Grundwasser. Und die andere Variante ist, dass es danach irgendwo ein, zwei Tage, drei Tage danach ein Starkregen kommt und der ganze Mist in unsere Gewässer gespült wird. Und auch dann kommt es zu einer Überdüngung von unserem Gewässer bis hin zum Fischsterben, denn wir wissen, Ammonium kann zu Ammoniak werden und kann Kiemen verätzen, nicht nur Kiemen. Und Nitrit, was das Folgeprodukt ist, denn Ammonium wird relativ schnell verstoffwechselt zu Nitrit und Nitrit ist ein Fischgift. Und Fischgifte sind fischgiftig. Und damit könnte unter Umständen es passieren, dass Fische verenden. So, ja, aus dem Nitrit wird Nitrat und Nitrat ist dann wiederum Dünger für unsere Pflanzen. Und da beginnt dann der Kreislauf für die, äh, der Stiegstoffkreislauf. So, ja, also die Landwirtschaft ist ein Teil des Problems. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wäre die Alternative? Die Alternative, da wird genannt, in dieser Doku wird genannt, nur noch biologische Landwirtschaft, hat aber auch folgendes, also hat auch ein Problem. Erstens deutlich geringere Erträge, zweitens deutlich höhere Kosten, drittens, also höhere Kosten in der Produktion und damit drittens deutlich höhere Preise im Markt. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist bereit, dieses Geld auszugeben? Und wer kann es zurzeit ausgeben? Ähm, ja, also ich sage mal so, bestimmte Leute werden damit nie Probleme haben, die würden auch das Geld ausgeben können, vielleicht sogar Leute innerhalb unserer Politik, die sowas forcieren, hätten damit keine Probleme, das Geld auszugeben, die leben aber auch von unseren Steuergeldern und kriegen davon ja noch. So, ich wollte jetzt nicht politisch werden, werde ich auch nicht und deswegen ist das Thema für mich jetzt abgehandelt. Aber, äh, ich würde nie die Grünen wählen. Entschuldigung. So, äh, genug politisch gewesen. Ähm, ja. Kommen wir mal zum weiteren Punkt. Und Querverbauung ist tatsächlich auch in der Dokumentation genannt, darum finde ich, dass die Doku an sich gar nicht so schlecht, sie ist einfach nur, ja, übertrieben und wenig differenziert. Also Querverbauung ist ein Punkt, äh, Wasserkraftwerke. Also in meinen Augen, ich weiß nicht, wie viel Wasserkraft wir, also wie viel Energie wir aus Wasserkraft tatsächlich gewinnen. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht allzu doll. Äh, stellt sich die Frage, brauchen wir das? Ja, das ist ein extremer Eingriff in die Natur und wir sind Naturschützer und sagen wir, brauchen wir das? Ich stelle die Frage in den Raum, müssen andere Leute entscheiden, ich bin der Meinung, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es vielleicht im Moment, weil wir unsere Energie überall, äh, jetzt mittlerweile teuer einkaufen müssen, äh, weil wir, äh, ja, wiederum falsche Politik hatten. Ähm, und weil irgendjemand der Meinung ist, Krieg führen zu müssen, ähm, ich nenne es auch nichts mehr, keine Namen, kein gar nichts, äh, mich ärgert das alles. Wir sind alles Menschen, wir hören alle zur Menschheitsfamilie und deswegen hasse ich sowas wie die Pest. Ähm, wir müssen uns nicht miteinander bekriegen. Ähm, aber unabhängig davon, wir haben, äh, querverbände. Querverbauung in Deutschland und diese Querverbauung schaffen Probleme. Zerhäckselte Ahle, wo wir uns doch darüber beschweren, dass, äh, die Ahle mittlerweile, äh, ja, immer mehr, äh, in Richtung rote Liste kommen, beziehungsweise, äh, unter Umständen bald aussterben könnten. Ähm, und dass es Fangenbegrenzungen geben muss und so weiter und so fort. Aber die Frage ist halt, was sind die Probleme? Woran liegt's denn? Ja, zum einen, weil die Glasaale und so weiter schon rausgefangen werden, bevor sie überhaupt aufsteigen können. Ähm, ähm, und weil wir einen Haufen Querverbauung haben und da haben ja nicht nur alle ein Problem mit, sondern alle Anadromen und Katadromen, äh, Fischarten. Ähm, und deswegen brauchen wir diese Kraftwerke. Oder brauchen wir sie nicht. Muss man sich einfach mal überlegen. Ja, da werden mittlerweile teure Fischtreppen gebaut. Äh, aus Steuergeldern wahrscheinlich. Ähm, und die werden aber nur zum Teil angenommen. Also die kosten ganz viel Geld, werden nur zum Teil angenommen. In diesen kleinen Fischtreppen, wenn man sie gut macht, können sich auch seltenere Tierarten ansiedeln, weil die Strömung dort deutlich höher ist als in dem normalen Flusslauf. können sich dort auch, wie gesagt, äh, seltenere Tierarten ansiedeln, die so kaum noch festzustellen sind. Aber, das wäre nicht notwendig, gäbe es die Querverbauung nicht, weil dann hätten wir einen deutlich größeren Lebensraum wie diese Fischarten, weil wir einfach deutlich, äh, größere, äh, ähm, Wasserflächen hätten, die entsprechend schön durchspült werden, äh, wird ordentlich Strömung drauf und so weiter und so fort. Diese ganze Begradigung, äh, der Flussläufe und so weiter, um den, die, die Schifffahrt, äh, äh, zu ermöglichen und, und, und. Das sind unsere Probleme. Das sind nicht die Angler. Die Angler sind ein klitzekleines Problem. Die sind aber auch, äh, zum Großteil, äh, die Lösung. Also, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich die Angler als erstes ein Schlawittchen packen und würde sie die fürs, fürs, äh, Monitoring nutzen. Ich würde klipp und klar sagen, ey, Leute, wie viel habt ihr da gefangen? Wie viel habt ihr da gefangen? Wie lang hat das gedauert? Ähm, wie ist das Gewässer aufgebaut? Wie, oder wie auch immer. Habt ihr irgendwelche Sachen festgestellt, die irgendwie problematisch wären? Ähm, ich glaube, wir könnten viele, viele Angler dazu überreden, dass die da mitmachen würden. Ähm, und, ähm, ich halte das im Sinne der Wissenschaft und im Sinne der, der, der Entwicklung, äh, für, für extrem wichtig, dass, dass es da vorangeht. Und, dass man die Angler damit einbindet, weil das sind die Fachleute am Wasser. Aber, die werden ausgebildet. Ja, also, das wissen viele ja nicht. Also, die Nichtangler wissen nicht, dass man in Deutschland einen Fischereischein braucht. Und dieser Fischereischein, der hat's in sich. Das sind nicht mal einfach mal zehn Fragen, die da gestellt werden und das darfst du angeln. Ja, es gibt solche Fälle. Ähm, der Friedfischschein ist zum Beispiel so ein Fall. Oder der Jugendfischereischein, wo man noch nicht so viel lernen muss. Aber, der große Fischereischein, der hat's schon ein Stück weit in sich. Da kommt schon ein bisschen was drin vor. Darum, die Angler sind die Fachleute am Wasser. Neben den echten Fachleuten, äh, die das irgendwann mal studiert haben oder sonst irgendwas. Ne, aber wir Angler haben halt deutlich mehr Erfahrung, als irgendjemand, der sich damit nicht befassen musste. So, und darum würde ich diese Menschen benutzen. Und zwar genau dafür. Ihr Hobby kann also noch gewinnbringend für die Umwelt genutzt werden. Monitoring. So, damit könnte man ganz viele Sachen auf einmal erschlagen und hätte ganz viele Daten für irgendwelche Studien. Aber egal. Ähm, ich hab nichts zu melden. Aber ich glaube, es wachen gerade andere Leute auf, die auch in so eine Richtung denken. Von daher, lassen wir uns überraschen. Äh, ja, Querverbauung, nochmal, die Frage, brauchen wir das? Einfach mal in den Raum gestellt. Ähm, auch da muss man sagen, ähm, es ist schön, dass erwähnt wird, dass da was gemacht wird. Dass Fischtreppen angelegt werden und so weiter. Aber das ist in Deutschland tatsächlich mittlerweile Pflicht. Überall, wo eine Querverbauung gebaut wird, muss ein entsprechender Ausgleich geschaffen werden für die Fische, damit sie entsprechend wandern können. Punkt. Also ist es nichts mehr Besonderes dran. Ähm, auch wenn man das gerne so darstellt. So, hatten wir jetzt noch irgendwas, wo ich der Meinung war, das würde jetzt absolut über die Stränge schlagen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist mir auch relativ egal. Ganz ehrlich. Ähm, was ich euch empfehle, wenn ihr denn wollt, guckt euch die Doku an. Vielleicht sagt er mir im Nachgang, vielleicht übertreibe ich ja auch. Vielleicht habe ich mich bloß angetriggert gefühlt und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das mag alles sein. Ähm, schaut sie euch an. Darum bitte ich euch. Ihr müsst es nicht machen, aber ich bitte euch mal darum. Guckt sie euch an. Und äh, sagt mir doch in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ich fand sie handwerklich nicht so gut gemacht. Ich fand die Videosequenzen fand ich toll, aber den Rest fand ich jetzt nicht so gut gemacht. Für den normalen Zuschauer, der nicht angeln geht und der auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst ist oder vorgeprägt ist, ist das eine wunderschöne Doku wahrscheinlich. Aber für Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben und die, äh, doch ein bisschen mehr wissen, wie es läuft, die könnten sich da an vielen Stellen so ein bisschen angetriggert fühlen. Zumindest ging es mir so. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr genervt. Ähm, wie gesagt, es war schade, dass das andere Video geblockt wurde und dass ich euch jetzt auch, äh, so trocken sozusagen mit diesem ganzen Thema, äh, berieseln musste. Ähm, ich hätte euch gerne die entsprechenden Videosequenzen gezeigt, aber das hat halt nicht funktioniert. Ähm, beim nächsten Mal, wenn wir ein Rektion-Video machen, dann gucken wir uns mal jemanden aus, wo das hoffentlich nicht passiert. Das muss ich ja einfach mal so sagen. Ähm, da gucken wir uns dann vielleicht, äh, Angeln like a Boss an oder so. Oder, was gibt es noch? Angeln like a Boss. Ja, ich gehe angeln vielleicht. Mit Victor. Oder Yoshinato. Oder Angeln maximal. Übrigens alles Leute, die ich absolut feiere, weil die eben nicht so maßlos übertreiben. Also ich könnte mir ja auch hier Flussmonster angucken, ähm, ja, gerade hier Angeln like a Boss, äh, mit, mit Victor zusammen dann, äh, haben tolle Sachen gezeigt, wie sie irgendwo in Südamerika zum Beispiel unterwegs waren und, äh, wirkliche Flussmonster gefangen haben und nicht so übertrieben haben, so von Menschen, Menschenkiller und keine Ahnung was. Also die haben auch schon, ähm, ja, große Fische mit großen Zähnen gefangen und das waren jetzt nicht unbedingt die menschentötenden Maschinen oder so. Nein, aber das wäre doch eine Idee, was wir vielleicht mal machen könnten. Also, gerne, äh, abonnieren, äh, liken, kommentieren und was ja noch, was euch noch so alles einfällt. Und, äh, bis zum nächsten Video, äh, ja, stramme Schnüre, Petri und bis bald, euer Matze. Und, äh, bis zum nächsten Video, äh, bis zum nächsten Video, äh, bis zum nächsten Video.